Kommen wir zu der Erläuterung des Verses. Und zwar, was der Autor gemacht hat, er hat hier einen Teil des Verses erwähnt, worum es ihm hier geht. Sheikh Suleyman ibn Abdullah, der Enkelsohn, wies darauf hin, dass dieser Vers vor allem dann deutlich wird, wenn man den vorigen Vers auch mit erwähnt. Dieser Vers ist in Surat 2, den wir hier mit uns haben, ist in Surat 2, Vers 57. Er sagte, damit man das versteht, soll man auch den vorigen Vers, den Vers 56, noch mit anführen. Und darin heißt es, Allah sagte, In diesen beiden Versen heißt es, die lesen wir jetzt, Allah sagte, Sag, ruft diejenigen an, die ihr außer ihm angebt. Sie vermögen doch von euch das Unheil weder hinwegzunehmen noch abzuwenden. Diejenigen, die sie anrufen, trachten nach einem Mittel zu ihrem Herrn und wetteifern, wer von ihnen ihm am Nächsten sei. Wer denkt, dass er verstanden hat, worum es genau in diesen Versen geht und es ist sehr klar und deutlich. Ich glaube nicht, dass dies jemand sagen kann. Deswegen kommen wir jetzt zu der Erläuterung und inshallah wird dann jeder danach wissen, worum es genau hier geht. Und zwar, Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, der eine Enkelsohn, sagte, Das verdeutlicht, dass dies der Weg der Propheten, Gesandten und derjenigen unter den Gläubigen ist, die ihnen folgten. Und er sagte dann weiter, Und Al-Bukhari überlieferte, in Bezug auf diesen Vers, über Ibn Mas'ud, dass dieser sagte, Leute unter den Menschen pflegten Leute unter den Jinn anzubeten. Dann nahmen die Jinn den Islam an, die Menschen pflegten aber weiterhin sie, also die Jinn anzubeten. Und folgende Situation, es gab Ungläubige unter den Menschen und unter den Jinn. Die Ungläubigen Menschen sind zu diesem Jinn gekommen und sie haben diese Jinn angebetet. Danach wurden die Jinn rechtgeleitet und sie haben den Islam angenommen und nur noch Allah alleine angebetet. Was hätte jetzt passieren müssen, nachdem die Jinn zu Muslimen geworden sind, und Allah alleine angebetet haben. Jetzt hätte es dazu kommen müssen, dass die Menschen es unterlassen, diese Jinn anzubeten. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben weiterhin, die Menschen haben weiterhin diese Jinn angebetet. Sheikh Abdurrahman Ibn Gassim sagte, Sheikh Al-Islam sagte, diese Ansprache, also in diesem Vers, diese Ansprache gilt für jeden, der jemanden anstatt Allahs anruft. Denn dieser Angerufene trachtet ja selber nach einem Mittel zu Allah und hofft auf seine Barmherzigkeit und fürchtet seine Strafe. Und somit hat Allah es untersagt, dass man sie anruft. Und er zeigte auf, dass sie das Unheil von diesen Anrufern nicht hinwegnehmen oder abwenden können. Jeder, der also einen Toten oder Abwesenden unter den Propheten und Rechtschaffenen anruft und bittet, oder einen Engel anruft, so hat er jemanden angerufen, der ihm nicht zur Hilfe kommen kann. Was Allah hier in diesem Vers erwähnt, er sagt am Anfang, wir kehren nochmal zu dem Vers zurück, und zwar der Vers 56. Er sagte, sag, O Muhammad, zu den Leuten, ruft doch diejenigen an, die ihr außer ihm angebt. Und wir sagen jetzt auch zu den Menschen, ihr ruft den Propheten an, oder ihr ruft Ali an, oder ihr ruft Abdul Qadir al-Jailani an. Das macht ihr, O ihr Mushrikun. Diese, die ihr anruft, neben Allah, oder außer Allah, sie vermögen nicht, das Unheil von euch wegzunehmen, oder abzuwenden. Kann jetzt ein Sahabi, oder ein Prophet, oder ein Engel, dieses Unheil von euch hinwegnehmen, oder abwenden? Nein, kann er nicht. Das ist der erste Punkt. Sie können euch also nicht helfen. Und sie können nicht das Übel von euch fernhalten. Der nächste, das ist jetzt der Vers, der hier vom Autor erwähnt wurde. Und außerdem, O ihr Mushrikun, diejenigen, die ihr anruft, diese Propheten, oder diese Engel, diese trachten selbst nach einem Mittel zu ihrem Herrn. Sie selber beten Allah alleine an. Wie es dann in dem Vers weiter heißt, sie selber, diese Propheten, und diese rechtschaffenden Leute, sie hoffen auf die Barmherzigkeit Allahs, und sie fürchten seine Strafe. Somit hat Allah es also untersagt, dass man irgendjemanden anruft, wegen diesen zwei Sachen. Der erste Punkt ist, sie können euch nicht helfen, und sie können kein Übel von euch hinwegnehmen. Zweitens, diese Leute, die ihr anbetet, sie sind gottergebene Muahidun, also Leute, die nur Allah, subhanahu wa ta'ala, allein anbeten. Das ist damit gemeint, in diesem Vers.